So, und weiter geht's. Aber diesmal fahren wir gar nicht so weit, nur ungefähr 50 Kilometer. Mal schauen, ob wir das schaffen an einem Tag. Also wir verlassen jetzt das Fahrer und wollen nach Villa Nova de Garzella oder so ähnlich. Und jetzt schauen wir mal, wie das so wird hier. Genau. So, jetzt sind wir an einem neuen Stellplatz angekommen. Da haben wir auch neue Orangen. Und gleich vorweg, da bleiben wir jetzt nur eine Nacht. Ist zwar schön am Strand gelegen. Ja, aber es ist nicht die Art von Stellplatz, die mir sagt, mir ist das zu viel, zu groß, zu eng. Und das einzige Schöne ist hier wahrscheinlich dann nachher der Strand. Das zeigen wir euch natürlich. Ja, ja, wenn wir da jetzt unsere Orangen Gäste haben, dann gehen wir rüber zum Strand. Wir sind direkt hinter der Düne. Also direkt hinter der Düne ist dann der Strand. Und da gehen wir jetzt nachher hin. Wir bleiben jetzt nur eine Nacht hier, weil wir sind uns nämlich auch noch nicht einig. Wohin? Ja. Spanien oder Portugal? Also wir sind da jetzt noch in der Fündungsphase. Genau. Und deswegen tun wir jetzt das abschalten. Oh, die Orangen, ich sag's euch, das ist so ein Genuss mit den Orangen. Ja. Oh, ich könnte mich wieder mal ernähren von den Orangen. Ja, es ist wirklich, also das ist das allerbeste, solche Orangen gibt es sonst nirgends. Nein, und das war ja letztes Jahr schon so, da waren wir ja schon so begeistert von den Orangen. Und in Portugal gibt es die auch und die kann man überall kaufen und lecker und saftig. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. So, aber jetzt. Ich glaube, jetzt haben wir wieder Knutlaubert. Jawohl. Wir schauen jetzt da weiter zu und zeigen euch dann das Meer. Und es erst einmal Orangen und wir müssen gestärkt sein. Ja, genau. Ja. Obwohl wir jetzt hier mitten in der Prärerie sind, gibt es schon etliche Beschränkungen. Keine Fahrräder, keine Hunde am Strand. Ja, und das Beste ist ja, da ist noch Corona aktuell. Ja, und man soll auf der rechten Seite des Steges hier laufen. Ja, damit der Gegenverkehr links läuft, damit man sich nicht begegnet. Aber Maske muss man keine tragen. Nein, da sind wir ja im Freier. Aber Händedesinfizierung, alles Mögliche. Ja, machen wir alles natürlich, selbstverständlich. Ja, also Corona ist doch noch nicht so ganz weg. Ja. So, dann schauen wir doch mal. Wenn die Ursi so rumläuft, dann stehen wir an einem See oder am Meer. Was? Ich hab dich nicht verstanden. Wenn du so rumläufst, dann stehen wir am See oder am Meer und in dem Fall stehen wir am Meer. Ja. Ja. Nein, eigentlich gar nicht. Aber das macht so richtig Spaß. Aber der Atlantik ist eiskalt. Der Strand ist auch sehr flach. Also da kann man sicherlich auch schön ins Wasser gehen. Ja. Das ist ja nicht so ein Kantenabbruch, wie wir das gehabt haben in Nazarene. Das war eigentlich ein schöner Strand und das Wetter ist ziemlich gemischt. Ja. Ja, Wolken und Sonne wechseln sich halt einfach ab. Aber es macht Spaß. Ja. Wir laufen jetzt noch ein bisschen am Strand am Wasserweg entlang. Und der Helle mit Schuhe, ich natürlich auch. Ja. 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 So liegt der sehr schöner Stellplatz, er ist extrem groß und für 10 Euro die Nacht Da kann man nichts sagen, nichts meckern. Es ist halt einfach die Art von Stellplatz, die mir nicht so zusagt. Die stehen alle hintereinander in vier Reihen. Die Entscheidung wie wir weiterfahren ist gefallen und so verlassen wir den Stellplatz am nächsten Morgen. Jetzt steht uns die längste Brückenüberfahrt bevor, die wir jemals gemacht haben. Um 10.35 Uhr sind wir auf die Brücke gefahren und um 11.36 Uhr fahren wir wieder runter. Über eine Stunde. Das bedeutet, dass uns die Zeitgutschrift, als wir nach Portugal reingefahren sind, wieder abgenommen wurde. Wir sind nämlich wieder in Spanien angekommen und zwei weitere Stunden später an unserem Tagesziel, nämlich Cipiona, der Stellplatz, an dem wir schon ein Jahr vorher gestanden haben. Wir stehen jetzt schon seit ein paar Tage hier in Cipiona bei dem Platz La Graziata oder so ähnlich. Wir blenden das ein. Wir haben das gefilmt. Wir waren jetzt ein bisschen filmfaul. Wir waren zwar schon zweimal in der Stadt, in Cipiona, haben wir auch wunderschönes Wetter schon hier gehabt. Geburtstag haben wir hier gefeiert. Und gestern, dieser Platz, da waren wir ja letztes Jahr schon mal. Den haben wir auch schon mal vorgestellt. Und den zeigen wir euch auch gerne nochmal. Die haben jetzt diese Ausweichwiese, über die man letztes Jahr nur zum Strand gehen konnte. Die haben sie jetzt auch als Stellfläche verwendet, weil es so eine rege Nachfrage hier besteht. Und das ist auch schön. Also ich wollte nur mal her und ich habe hier irgendwie Verbindung zu Cipiona. Das gefällt mir irgendwo einfach. Also und warum soll man da nicht schnell herfahren? Ja und diesmal haben wir auch das Meer bei Flut erwischt. Das zeigen wir euch gleich mit ein paar Drohnenbilder. Das stellen wir euch auch den Platz vor. Und gestern gab es dann auch wie alle 14 Tage hier ein Essen. Das veranstaltet der Platzbetreiber und jedes Mal gibt es was anderes. Gestern gab es Migas. Ja, das ist ein sogenanntes Arme-Leute-Esser. Ja und alles so spezielle Essen. Aus der spanischen Region gibt es da alle 14 Tage. Da werden dann die Gäste dazu eingeladen. Ja, das war ganz nett. Vor allem, man kommt ja dann auch mit anderen Kämpfern in rege Kontakt. Das zeigen wir euch dann auch schnell. Zu Migas gehört Speck, Knoblauchzehen, Paprikawurst und Paprika geschnitten. Und natürlich Brot, Brot, Brot. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Keine Ahnung, was das ist. Für eine Wurst. Oder was auch immer. Ich schätze, das ist Paprika-Wurst. Das ist unmöglich. Das ist die Wurst, die da jetzt wahrscheinlich in das Essen da vorne reinkommt. Ja, und auch ich bin experimentierfreudig und genieße einheimisches Lebensmittel. Das ist ein Bier, da kann nicht so viel verkehrt sein. Sehr gut. So, passt das? Das passt, ja. Wunderbar. Muss ich mich ranhalten, geht fast weg zu her. Also, die URSI hat nie Gas. Und die URSI? Die probiert jetzt. Ja. Und dann wollen wir mal schauen. Kann man schon essen. Ist halt Brot, Brot, Brot. Und wir fahren jetzt nach Cipiona. Cipiona ist eine Fastnachts-Hochburg. Ja, Cipiona und Carnies anscheinend. Ja. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie da ein Carnaval heißt das hier, glaube ich. Und die sind auch offensichtlich auch alle verkleidet. Wir wissen es nicht, also wir schauen jetzt da mal rein. Wir haben uns auch extra verkleidet. Aha, sieht man, oder? Wir sind richtige Touristen. Wir treten ja wie Touristen auf, ja. Wir schauen uns das jetzt mal an und dann mal schauen, vielleicht sieht man irgendwas. Und das würden wir natürlich dann filmen. Genau. Also schauen wir, was rauskommt dabei. Ja, genau. Das Wetter war schon schöner heute. Es ist ein wenig, ich weiß gar nicht, wie kann man das betreiben, trüb? Ja, trüb, hoch die Übel. Aber es ist trotzdem angenehm, also wir fahren auf jeden Fall jetzt los. Ja. Zieht euch warm an. Vorsichtshilber. Jacke. Regen kommt keiner. Schirm braucht ihr keinen. Nee. José. Musik. Tschau. встречe. Musik 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 Also irgendwie scheint es uns mehr Richtung Aufräumen zu sein, als dass da in Konstanz sagt man Meschkerle zu baskiere. Ja, aber ich habe hier noch kein einziges gesehen. Die einzigen Meschkerle sind wir. Gott sei Dank haben wir es zu mir nur als Tourist getarnt. Ja genau, da können wir es rumlaufen. Also da laufen keine Kanäle mal zirken rum. Nein, aber wir laufen jetzt auch hier ein bisschen rum, vielleicht schiebt man ja doch noch irgendwo was. Und dann soll es eine große Baila Fiesta geben, ja. Da ist uns gesagt worden, das haben wir uns aufgeschrieben und dann gehen wir jetzt mal hin und schauen, ob es da Baila gibt und ob die Ossi dann was essen macht. Wenn der Helle ist, der ist ja eh kein Baila. Nee, aber ich muss jetzt erst mal schauen, wo das ist und wie das ist. Naja, erst mal schauen und dann die Umstände eruieren und dann sehen wir weiter. Ja. Also die Chibioner sind alle auf Achse. Okay, da ist schon was los. Das sind ein Meschkerle, schau. Mentira, mentira. Ja, ich war mein Broti, ich habe mich ver Nichts mehr verloren. Naanas... Naanas neue Handler. Geschwe Tanner. So, jetzt ist uns was passiert. Ja, passiert ist gut. Jetzt sind wir angesprochen worden und die haben uns das jetzt alles erklärt. Und jetzt haben wir was zum Essen bestellt. Ei, 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 ei. Haben wir das jetzt schon bestellt? Ja, das haben wir bestellt. Ah, okay. Warten wir auf die Dinge, die jetzt auf uns zukommen. Also die Ursache kriegt auf jeden Fall ein Beehler. Hoffentlich? Ja. Und ich kriege auch irgendwelche Pilze mit Kartoffeln. Wir lassen uns überraschen. Ja, also. Jetzt setzen wir uns auf jeden Fall mal hin und dann sehen wir weiter. Irgendwie verstehe ich das, sei es denn, aber die Ursache verhandelt für mich. Das macht die wunderbar. Jetzt setzen wir uns auf jeden Fall an einen anderen Tisch. Das sind glaube ich auch Deutsche. Hier sieht es schon mal ganz ordentlich aus. Und der Wein auch. Und der Rest wird auch wahnsinnig sein. Ich glaube nicht, dass wir das sind. Ich glaube nicht, dass wir das sind. Ich glaube nicht, dass wir das für das sind. Applaus Ja, das war gut. Also da war jetzt was los, ja? Ja, klar. Es gibt ja auch was zu essen. Wenn ihr was erleben wollt, dann müsst ihr nach Cipiona kommen, wenn der Faschig ist. Ja, aber eigentlich nicht nur zum Ding und ich verstehe dann gar nichts mehr. Ich bin ja ein bisschen schwerhörig. Ein bisschen ist gut, aber die Musik war schon sehr laut und wir saßen jetzt halt auch fast vorne bei der Kapelle und von daher. Und da haben wir alle auf Spanisch auf uns eingeschwitzt. Ich hätte gar nichts mehr geblickt, aber die Ursache ist alles gemanagt. Ja, manchmal geht's. Und die Pilze gehen ganz gut, aber waren sehr ölig. Ja, hier ist, glaube ich, alles etwas mehr öliger. Ja, ja, das ist auch nicht so mein Ding. Das nächste Mal mache ich die wieder mehr fettfreier. Aber es ist eine gute Idee, die so rausflutieren. War alles okay. Oder? Ja, ja, aber laut war's. Wenn man an der Kapelle sitzt. Also diese Hektik ist nicht unsere... Jetzt waren wir noch mit ein paar Leuten am Tisch gesessen. Auch noch Deutsche. Ja, aus Kiel, der hat uns noch vom Fernsehen gekannt. Ja, der hat uns gesehen, aber sie war ja nicht aus Kiel, nur er. Ja, sie war vom Bodensee. Und die kamen jetzt drei Monate in Marokko. Ja, genau. Und hier trifft man sich, so klein ist die Welt. So, aber das wollte man jetzt alles gar nicht so erzählen, oder? Doch, natürlich, das muss man doch sagen. Okay, war wettbewegend wichtig. Ja, und dass ich das Essen alles gut überstanden habe, soweit, ja. Jetzt laufen wir hier noch ein bisschen durch die Straße und dann fahren wir da zurück. Also es ist wirklich schön hier. Da ist wirklich was los, da ist Leben, ja. Ja, ich glaube, die ganzen Familien sind hier unterwegs. Ja, ja, und der Pommeschkerl ist im Heimel wieder mal. Ja, aber sehr wenig. Also kein Vergleich jetzt hier mit dem deutschen Fasnacht oder Karneval oder so. Pommeschkerl ist gut, sie haben halt eine farbige Verrücker an. Schönte Mann ist was. Schönte Mann ist das. Ich bin von Polen. Ich bin von Polen. Ich bin von Polen. Ich bin von Polen. To la Focotanga A los seres malditos Los espíritus vuelven Por medio de nuestros ritos Y si por casualidad veo que los colecto Comen un otro canudito Esta tribu Pocotanga está también alimentada Que ya me dicen Algunos Pocotanga Puro que siempre Es mucho puro Puede que un tsunami Arrase Chirpiona Y hasta un simulacro A eso lo ahume Aunque no es Arcar de ríe presume Cuando hay una fuerte De oleaje Saldrego por tribuna Como los pulpos Arrebalajes Cuando se llega en agosto Te duro y no te viento Y hasta es una cuenta Y está todo el mundo contento Porque de una vez por todo En verano el pueblo Va a tener aparcamiento Esta tribu Pocotanga También alimenta Que ya me dicen Algunos Pocotanga No No Tulo que tiene Mucho culo Das ist der Unterschied zwischen Spanien und Deutschland. In Spanien nennt man sowas Lebensfreude und Spaß und bei uns sagt man dazu Rassismus. Wird halt alles immer übertrieben. Ja, das sind halt die Deutschen. Aber so ist doch viel schöner, oder? Sagen wir mal ehrlich, da wird doch niemand beleidigt. Also aus meiner Sicht oder unserer Sicht. Hat jeder sein Freund und hat sicherlich niemanden böse getan. So, das war's mit Cipiona. Jawohl, schön war's wieder. Wir waren knapp eine Woche da. Und unsere Intention war ja, wir fahren nach Cipiona, weil da war Sonne angesagt. Und an der Algarve war's ja nicht ganz so toll das Wetter. Naja, aber jetzt hier war's auch nicht besser. Ja, ein bisschen mehr Sonne haben wir schon gehabt. Und vor allem haben wir Cipiona angeschaut. Und ich muss ehrlich sagen, wir sind mal jetzt das zweite Mal in Cipiona. Ich filme mich da irgendwie heimisch. Also ihm gefällt's halt furchtbar gut. Und deshalb sind wir da ja auch nochmal hin. War ja auch sehr schön. Wir haben nur einen Tag gefilmt, das war bei dem Karneval. Aber wir waren also mehrmals in der Stadt drinnen und haben einfach mal eine Freizeit ohne euch gemacht. Brauchen wir auch mal, ja? Ja, und auf dem Stillplatz selber haben ja einige von euch kennenlernt. Das war sehr schön, auch dass er bei uns geklopft hat. Das ist überhaupt kein Problem. Wir freuen uns immer, wenn wir jemanden kennenlernen, der uns zuschaut. Ja, also und es war immer nett, sich mit euch zu unterhalten. Und wir grüße euch hier nochmal. Der Stellplatz, bei dem wir gewesen sind, wir haben ihn ja eingeblendet. Es gibt mehrere Stellplätze. Also wir fühlen uns an diesem Stellplatz sehr wohl. Wir sind, wie gesagt, das zweite Mal schon da. Wir waren letztes Jahr ein paar Tage da gestanden und haben uns wohl gefühlt. Und auch jetzt haben wir uns wieder sehr wohl gefühlt. Es gibt mittlerweile einen offiziellen Stellplatz. Der ist am Yachthafen von der Stadt betrieben. Allerdings alles auf Asphalt. Ja. Aber der fiel direkt mit Meerblick. Ja, direkt am Meer, ja. Und es gibt aber auch private Betreiber in der Innenstadt. Und wie wir von anderen erfahren haben, also auch für 9 Euro oder so. Also es gibt hier im Prinzip für jeden was. Ja, genau. Also wenn ihr nach Cipiona wollt, ist es wirklich eine tolle Ortschaft. Also mir gefällt es hier und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir da waren. Ja, aber das werden wir ja jetzt sehen. Also Pläne so weit voraus machen wir ja eigentlich keine. Du, sie sagt mir immer, dass ich Pläne mache. Ja, weil es doch immer anders kommt. Denn unser Plan für nächstes Jahr, nächstes Winter ist irgendwie ein bisschen anders. Ja. Aber das sehen wir alles, wie das dann kommt. Auf jeden Fall haben wir uns diese Zeit hier genossen in Spanien. Die war sehr schön. Ja. Aber jetzt fahren wir wieder nach Portugal. Portugal. Und wenn euch das Video von Cipiona gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen da. Ja. Und ansonsten sagen wir einfach Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.